Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PCCheck zu einem neuen Video. Heute mal wieder Dubaro mit der MSI Edition i7-13700KF mit RTX 4080 runtergesetzt von 3199 Euro auf 2999 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIPCDKDeals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Ist einfach nur das Gehäusebild, das kennen wir jetzt mittlerweile schon. Ja, ich weiß es ist wieder Dubaro, aber es wurde vorgeschlagen. Das nächste Video wird sehr wahrscheinlich auch der Hardware Deals 1500 sein. Wurde mir auch schon vorgeschlagen, dann haben wir Dubaro erstmal wieder hinter uns. Aber wenn die Leute sich das wünschen, dann mache ich das natürlich. Also wie gesagt, das Gehäusebild ist nichts daran auszusetzen, ist völlig in Ordnung. Der Prozessor ist ein Intel i7-13700KF. Den hatten wir ja auch schon bei dem Hardware Deal 2500 Euro PC. Der hat 16 Kerne, 8 Performance und 8 Efficiency Kerne, beziehungsweise 24 Threads, 16 Performance Threads und 8 Efficiency Kerne. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Prozessor, zum Zocken, zum Streamen und so weiter wunderbar geeignet. Habe ich auch alle schon gesagt bei dem anderen PC, aber vielleicht sieht das jetzt jemand gerade das erste Mal. Und da wollte ich nochmal sicher gehen. Der hat eine TDP von 125 Watt, kann sich aber bis zu 253 Watt genehmigen, wenn man den übertaktet. Und das geht mit dem Mainboard, was hier verbaut ist, dann kann der sich auch durchaus mal 300 Watt genehmigen. Da muss auf jeden Fall ein guter Kühler verbaut sein. Und der unterstützt offiziell DDR5 5600 MTS, beziehungsweise DDR4 3200 MTS. Den könnt ihr auch höher betreiben, sage ich immer wieder, 3600 oder gar 4000 geht unter DDR4 auch noch. Auch bei DDR5 könnt ihr da 6000 oder 6200 oder so verbauen, das funktioniert. Ist einer der aktuellsten Prozessoren auf dem Markt, danach kommt nur noch der 13900er in der Intel-Generation. Natürlich hat AMD noch die 7000er Varianten, aber die passen hier auf das Board sowieso nicht drauf. Deswegen ist sehr aktuell alles in Ordnung. Und der kostet 435,35 Euro bei BR Computer in Österreich, beziehungsweise 436,38 Euro bei ProShop. Der CPU-Kühler ist ein Endorphine Navis F360. Wie der Name schon sagt, ist eine 360er Wasserkühlung ohne RGB-Bling-Bling. Die 240er hatte ich hier schon im Test, das war alles in Ordnung soweit. Die konnte auch ein Ryzen 5800X kühlen, hatte ich auch alles im letzten Video schon gesagt, aber so ist es jetzt halt. Die haben da jetzt nicht sonderlich viel umgestellt, ist halt einfach nur eine MSI Edition. Da wird noch einiges kommen, was sich geändert hat. Ist auf jeden Fall eine gute Wasserkühlung, wird für den Prozessor auch ausreichen. Kommt bitte nicht auf die Idee, da ständig irgendwelche Benchmarks laufen zu lassen, dann packt die das auch nicht mehr. Aber für den normalen Betrieb reicht die Dicke. Und die kostet 106,84 Euro bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein MSI Pro Z97-A Wi-Fi DDR4. Aktuell ist der Chipsat Z97, sogar mit Wi-Fi mit dabei. Kann ich überhaupt nicht meckern, könnte alle aktuellen Intel-Generationen draufschmeißen. Also die 12.000 oder 13.000, da passt er auf jeden Fall drauf. Es hat gekühlte Spannungswandler, vier RAM-Bänke, hier kann SSD verbaut werden, hier unten noch zwei weitere. Hier kann ebenfalls auch noch eine SSD verbaut werden. Hier kommt die Grafikkarte rein und hier habt ihr Erweiterungsslots für Capture-Cards oder USB-Erweiterungskarten oder ähnliches. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit TOS-Link, WLAN-Bluetooth-Antennenanschluss. Ich wurde in den Kommentaren gefragt, ob man die Antennen dran schrauben sollte. Ja, soll man. Also da liegen immer Antennen mit dabei, schraubt man hinten dran. Die sind dann meistens mit einem Kabel, dass man die irgendwo hinstellen kann oder halt direkt Antennen. Einfach draufschrauben, hochklappen, dann funktioniert das. Dann haben wir noch dreimal USB 3.1, USB-Typ-C ist mit dabei, Netzwerkanschluss. Dann noch zweimal USB 2.0 mit Flash-BIOS-Button, das ist ganz geil. Da könnt ihr dann quasi das BIOS flashen ohne einen Prozessor verbaut zu haben. Für euch als Fertig-PC-Käufer ist es uninteressant. Ich finde die Funktion aber gut. Zweimal USB 3.0 und dann haben wir noch Display-Port und HDMI, was ihr wahrscheinlich auch nicht benutzen werdet, weil der Prozessor eh keine integrierte Grafik-Einheit hat, ihr zieht das Bild über die Grafikkarte. Das ist ein grundsolides Wort bei Z97. Natürlich gibt es bessere. Wahrscheinlich noch von Asus und so, klar. Aber in dem Preisbereich, das passt soweit schon. Und das kostet 279,59 Euro bei T-Shop. Die Grafikkarte ist eine 16 GB MSI RTX 4080 Ventus 3X OC. Hier wissen wir sogar genau, was wir bekommen. Klar, ist ja auch ein MSI-System. Die meisten Komponenten kommen aus dem Hause MSI. Bis auf die Wasserkühlung. Ich kann mir auch denken, warum. Hier ist ja jetzt die Endorfer hier drin, aber das ist auch völlig okay. Die 4080, sehr gute Grafikkarte. Gerade frisch auf den Markt gekommen. Also was heißt frisch, ein paar Wochen ist die jetzt schon da, aber ist eine der aktuellsten Karten. Danach kommt natürlich noch die 4090 und so. Aber die reicht für WQHD und teilweise auch für 4K-Dicker aus. Kommt immer ganz darauf an, was für Spiele ihr spielt und in welchen Einstellungen und so. Ist auf jeden Fall eine Top-Karte. FPS test dazu in der Videobeschreibung. Und die kostet 1427 Euro bei Cyberport. Arbeitsspeicher. Haben wir 32 GB, 2x16 GB DDR4 Kingston, 3600 MHz Fury Beast? Ich habe mir von dem aktuellen Hardware-Deals-Video, was ich ja gemacht habe, mal ein paar Meinungen reingeholt. Ich persönlich würde bei so einem Preisbereich schon auf DDR5 gehen. Ihr schreibt aber in die Kommentare, hey, man verbrennt damit quasi nur Geld für ganz, ganz wenig Mehrleistung. DDR4 wäre noch okay. Gut, halte ich mich an euch. DDR4 ist hier als auch verbaut. 3600 MHz ist über der Spezifikation von Intel. Dual Channel, 32 GB ist auch völlig okay. Hat jetzt kein RGB-Bling-Bling oder so. Man könnte auch die Fury Beast RGB nehmen. Dann hat man auch so einen RGB-Streifen. Wer drauf steht, ansonsten ist das in Ordnung. Und der kostet 91,45 Euro bei T-Shop. Die Festplatte ist eine 1 TB MSI Spatium M480 PCI Express 4.0 SSD. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 7000 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 5500 MB die Sekunde. Ob man das jetzt braucht als normaler Gamer, lasse ich mal dahingestellt. Ist schön, dass es drin ist. Macht die ganze Kiste aber natürlich auch wieder teurer. Ist auch eine MSI SSD. Ist ja klar, ist ein MSI System. 1 TB müsst ihr selber wissen. Für mich wäre es zu wenig. Ich würde 2 TB nehmen in diesem Preisbereich. 1 TB, ja gut, ist erstmal okay. Ist euer Ding. Und die kostet 123,55 Euro bei Jakob Elektronik. Das Netzteil ist ein 1000 Watt MSI MPG A1000G 80 plus Gold Vollmodular. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, hat 80 plus Gold Zertifizierung und ist wie gesagt Vollmodular. Das ist auch völlig in Ordnung, das Netzteil. 1000 Watt finde ich tatsächlich sogar schon ein bisschen viel. Aber, die gehen natürlich hier auf Nummer sicher. Ich hätte 850 Watt genommen. Würde wahrscheinlich auch noch reichen. Aber ist okay, dass es drin ist. Ist auch qualitativ hochwertiges Netzteil, das passt. Und das kostet 169 Euro bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein MSI Mac Vampiric 300 Air Black. Und hier sehe ich eine gewisse Problematik. Man kann vorne 3 Lüfter reinbauen. Die sind allerdings noch nicht vorhanden und sind in dieser Konfiguration auch nicht drin. Die einzigen Lüfter, die dann hier dabei sind, sind einmal dieser Hecklüfter, der 120 mm. Und eben diese 3 Stück von der Wasserkühlung, die sehr wahrscheinlich oben verbaut wird. Vielleicht auch in der Front. Wenn sie in der Front wäre, wäre das schon noch okay. Wenn die oben verbaut wird, hat man halt kaum Lüfter, die irgendwie reinziehen. Beziehungsweise man hat überhaupt keine, die kalte Luft reinziehen. Deswegen gehe ich ganz stark davon aus, dass sie die Wasserkühlung wahrscheinlich in die Front bauen werden. Dann zieht er sich von vorne die kalte Luft rein und bläst hinten die warme Luft wieder raus. Anders geht es halt nicht. Sonst entsteht im Gehäuse ein Unterdruck. Und das reicht nicht sonderlich aus, um irgendwas da drin zu kühlen, wie eine 4080 oder so. Das hat jetzt auch nicht die krasse Meshfront. Also gut, man hat hier die Seiteneinlässe und in der Front noch so ein paar Löcher. Das wird schon ausreichen, gehe ich ganz stark von aus. Also ich finde das jetzt nicht so pralle, das Gehäuse. Wie gesagt, wenn die Wasserkühlung in die Front kommt, ist das noch okay. Ich würde es mir aber wünschen, dass so ein Gehäuse zumindest mit drei Frontlüftern oder zwei Stück oder so daherkommt, dass dieser Airflow auf jeden Fall gegeben ist. Egal, wo man die Wasserkühlung reinmacht. Und das kostet 119,89 Euro bei MineFactory. Betriebssystem ist nicht mit dabei. Zwei Jahre Garantie haben wir auch mit dabei. Nur Retourenscheine im Reklamationsfall. Müsst ihr selber zur Post bringen das Ding oder euren Postboten abpassen, wenn er an der Straße vorbeikommt. Ihr kriegt jetzt nicht so einen Abholtermin. Wenn was mit der Kiste ist und ihr sagt dann bei Dubaro, ey, irgendwas ist damit, dann schicken sie euch nur ein Label. Wie ihr das Teil dann zur Post kriegt, ist euer Ding. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 2.752,67 Euro. Das System soll kosten. 2.999 Euro runtergesetzt von 3.199 Euro. Ihr seht schon, eine Differenz von 250 Euro. Das ist jetzt nicht sonderlich viel, aber es ist in meinen Augen zu viel. Mit 200 wäre ich vielleicht sogar noch gegangen. 250 finde ich ein bisschen krass. Vor allen Dingen, sehr oft, wenn ich diese Videos über Dubaro mache, sieht man Preisaufschläge von 50 bis 100 Euro oder so. Und hier sind es 250 Euro. Und ich frage mich, wo das herkommt. Vor allen Dingen, das Teil ist runtergesetzt worden. Ich habe, spaßeshalber, mal eine Kreativ-Ecke-Konfiguration genommen und die umkonfiguriert. Die ID, die könnt ihr euch hier rauskopieren und dann einfach selber auch danach suchen. Da ist ein Corsair 5000D Airflow drin. Da ist der Airflow auf jeden Fall gegeben. Der gleiche Prozessor, die gleiche Wasserkühlung, ein Z96 Tomahawk Wi-Fi. Jetzt sagt ihr natürlich, ja, Z96 ist ja nicht so gut wie Z97. Ihr habt durch Z97 keine großen Vorteile, bis auf die Tatsache, wenn ihr selber baut, dass es dann so ist, dass ihr kein BIOS-Update machen müsst. Qualitativ ist das Tomahawk auch deutlich besser als das A Pro, was wir eben gesehen haben. Wir haben den gleichen RAM verbaut mit 3600 MHz. Wir haben anstatt jetzt der MSI-SSD eine Corsair MP600 genommen, die ist aber auch ordentlich schnell. Die hat Lesen 4800 MB die Sekunde und Schreiben 3900 MB die Sekunde. Das reicht für den normalen Zocker völlig aus. Wir haben auch eine 4080 beliebige Hersteller. Ich habe aber eben gesehen, wenn ihr jetzt eine zum Beispiel von KFA2 oder so haben wollt, kostet das ungefähr 30 Euro Aufpreis. Das könnt ihr gerne noch mit reinrechnen. Aber ich nehme jetzt einfach mal beliebige Hersteller. Und wir haben 1000 Watt Corsair RM1000X da drin, anstatt das MSI-Netzteil. Da kommt ihr hier auf den Preis von 2824. Schaue ich mir hier die Liste an, haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Da landet ihr bei 2724,46. Da habt ihr hier jetzt bummelig einen Aufpreis von knapp 100 Euro. Und ihr habt von den technischen Eckdaten her, vom RAM, Prozessor und Grafikkarte die gleiche Leistung. Ihr habt in meinen Augen besseres Gehäuse sogar noch. Die Wasserkühlung und so ist das gleiche. Das Mainboard, klar der Chipsatz ist ein bisschen geringer, sag ich mal. Aber ihr habt eh keine Vorteile dadurch. Und das wäre auf jeden Fall der bessere Deal. Ihr spart im Endpreis ca. 180 Euro und seid auch noch näher an der Geizheitsliste dran. Also ihr kriegt mehr fürs Geld und seid trotzdem billiger bei weggekommen. Also wer wirklich mit dem Gedanken spielt, sich so ein System zu kaufen, wenn es unbedingt eine 4080 und so sein soll. Die ID hier, die kopiere ich euch auch unten rein als Link, wenn das geht. Ich hoffe, das funktioniert bei Dubaro. Ansonsten tippt das einfach ab im Konfigurator, dann habt ihr genau diese Config. Und kommen wir nochmal grundsätzlich zu diesem System. Ich finde es zu teuer mit 250 Euro Aufpreis. Ganz klar. Und diese SSD, die da drin ist mit ihren 7000 MB die Sekunde, das braucht kein Mensch. Ihr zahlt da einfach nur mehr für die Leistung, die ihr wahrscheinlich nie abrufen werdet. Also überlegt es euch. Ich verlinke euch das alles unten in der Videobeschreibung. Auch die Geizheitsliste. Falls ihr selber für euch persönlich eine Konfiguration braucht, meldet euch gerne im Discord. Wir haben da ein Ticketsystem. Da macht ihr ein Ticket auf und dann werdet ihr ganz normal beraten. Wir kriegen dafür auch nichts. Wenn ihr jetzt, sag ich mal, bei Agando kaufen wollt, dann stellen wir euch was bei Agando zusammen. Überhaupt kein Thema. Und dann würde ich mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020